Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch nur mal kurz ein Upgrade geben, was ich gerade so gemacht habe. Also ich habe erstmal mit diesem Auge angefangen, wie lange ich war. Dann habe ich pink, dann habe ich ein grünes Auge, ein gelbes, orangenes, rotes und einmal rainbow. Ja, ich bin mal Upgrade, wir wollen das wieder machen. Bye bye.